Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, zunächst einmal ein großer Dank an den kurdisch-deutschen Verein Sachsen-Anhalt, der uns auch noch dieses Mal ermöglicht, gemeinsam das Nervusfest zu feiern. Am 21. März feiert das kurdische Volk alljährlich Nervus. In einem Aufstand unter dem kurdischen Helden Kaba hat sich das kurdische Volk heute vor 2629 Jahren gegen die Tyrannei und Wüttür unter König Asterhang gewährt und dieser grausamen Periode ein Ende bereitet. Somit symbolisiert Nervus den Widerstand gegen die Unterdrückung des kurdischen Volkes und stellt die Hoffnungen auf einen Neuanfang dar. Wir Kurden, Worte und Werden noch heute durch unterschiedlich viele Varianten von zahlreichen Fonden unterdrückt und bekämpft. So bekämpfen sie uns auf intellektuelle und kulturelle Art und Weise. Diese Art der Bekämpfung stellt die gravierendste Art für die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft dar. Das Volk und das kurdische Volk erfährt seitens der IS-Mässchen schon seit mehreren Jahren Unterdrückung und Mord. Die einzigen, die bis heute aktiv gegen die IS ankämpfen und dabei eine Linie des Südverstands und der Vereinten aufgestellt werden haben, sind die Kurden. Dabei bekämpfen die Pechsländer und opfern sich jeden Tag aufs Neue. Nicht nur für das kurdische Volk, sondern auch für den Rest der Welt. Liebe Gäste, es sind unsere tapferen Söhne und Töchter, die heute im Vorderstag von gegen diese Bestien und seiner Gleichung für eine gewaltfreie und friedliche Welt kämpfen. Die Pechsländer haben bis heute durch die Unterstützung des Präsidenten der Autonomen Region Kurdistan, Mestut Banzani, schon viele Gebiete zurückerobert. Und zahlreiche IS-Kämpfer erfolgreich bekämpft, jedoch nicht ganz ausschalten können. Das liegt daran, dass es viele radikale Progierungen in den Staaten gibt, welche das Entstehen eines kurdischen Volkes mit aller Macht verhindern wollen. Ich kann Ihnen jedoch, liebe Gäste, versichern, dass so lange kein kurdischer Staat gegründet wird, keine Ruhe und Sicherheit in der Region einkehren wird und immer eine neue Generation von terroristischen Gruppen entstehen werden. So war es früher, so war es früher Al-Qaida, heute der IS und morgen eine andere Gruppe unter einem neuen Namen. Deswegen ist es von großer Notwendigkeit, dass das kurdische Volk auch weiterhin und noch verstärkt auf die rechten Weg Unterstützung von der Weltgemeinschaft erfährt, um einen endgültigen Sieg gegen die IS sicherzustellen und vor allem hinter der Gründung eines kurdischen Staates zu stehen. Navajo sollte das Symbol für Frieden unter allen Völkern dieser Welt erben. Kriege und Auseinandersetzungen hat für niemanden liebbedeutet, da Krieg immer Nachteile für sich bringt. Deswegen rufen wir, liebe Gäste, an diesem Tag dazu auf, sich für Frieden auf dieser Welt einzusetzen und stark zu machen. Ich bedanke mich jemals für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche noch einen schönen Abend. Dankeschön.